109 zu den vfb news dieser woche heute abend mal ein bisschen später war den tag noch tag immer noch unterwegs gewesen wieder natürlich alles aufgeteilt ihr werdet wieder in der video beschreibung finden wie immer die links und so weiter und so fort natürlich die großen themen ist einiges passiert ein paar offizielle transfers trikot vorstellung spielplan ist heute rausgekommen wir gehen mal durch mit ein bisschen allgemeinerem am anfang also allgemeiner im sinne von nicht wirklich eine kategorie dafür zu finden wir haben hier hitzesberger und auch der vfb die sich natürlich dann in richtung deutschland quasi positioniert haben in dieser ganzen regenbogen farbe alianzarella geschichte auch eine schöne sache zu sehen dann hier natürlich auch die geschichten endo wird bei der olympia starten für sein heimatland für japan wo sie auch stattfindet auch ein schönes ding und florian müller könnte auch sehr wahrscheinlich für eben unsere u23 also die deutsche nationalmannschaft bei der olympia starten heißt natürlich für die beiden dass die mit training mäßig ein bisschen später kommen aber ich glaube keeper der wird schon das wird schon funktionieren oder auch endo ich habe das gefühl endo ist einer den kannst du gefühlt keine ahnung eine weltreise machen lassen und am nächsten tag steht am mittags in münchen und spielt das spiel seines lebens runter da sehe ich dass ich irgendwie keine gefahr wir waren ganz am anfang auch dazu direkt das trikot ja ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen auch hier im im thumbnail bild oder im video bild quasi wird es wahrscheinlich auch mit drauf sein ja ich weiß nicht es ist schon ticken moderner muss man schon so sagen diese schwarze elemente ja gut weiß rot immer das gleiche immer wieder schön aufs neue ich weiß nicht also mein erster gedanke war weiß ich nicht ob ich so geil finde auch den mercedes stern da weiß ich nicht aber ich glaube zwei dreimal sie und auch quasi in echt sie so an den spielern sie im starbium sie ist es ein trikot das mit hänsel gefallen könnte natürlich auch das schöne bild was soll ich sagen an ihm ist eine 20 von 10 hier von philipp förster ja wir haben auch mal sehr gespannt was da natürlich auch an anderen trikots dann kommt wird das dritte trikot war recht geil das grüne aber das ja es kann mir gefallen es tut es noch nicht ganz aber ich glaube das hat wohl dass mir gefallen könnte das trikot so wir machen offizielle vfb natürlich auch wenn da bevor ich weitermache da in die kommentare mit eurer meinung zum zum trikot und was wir gegen ende noch machen oder ganz am ende machen quasi zum spielplan natürlich auch und natürlich zu allem anderen wie zum beispiel jetzt auch die ja offiziellen geschichten in sachen personal beim vfb der vfb stellt neuen finanzvorstand vor folgt auf stefan heim der auch entlassen wurde gegangen ist eines der beiden während ja der ganzen daten auf faire aufklärung der westend banker dr ignazi folgt auf ihn und das war es auch schon ein input den ich geben kann weil ich natürlich da weniger als gar keine ahnung davon habe jetzt ricky palmer wieder zwei zitate rausgekramt aus einem interview oder aus einem beitrag zu ihm quasi von von mein vfb jetzt von stück der nachrichten so wie die kostenfrage als auch die arbeitsrechtlichen konflikte sind nicht endgültig geklärt und die verfahren werden dem vfb wohl noch viel geld kosten geld auf das der club in kurzer zeiten schauen muss also die aufklärung ist klar macht sie nicht innerhalb von drei tagen aber ist dann wohl auch noch nicht komplett beendet und natürlich drückt das noch mal obendrauf auf sowieso schon corona verluste wir hatten es ja auch mit transferbudgets wo einfach dann corona lücken gestopft werden statt hat quasi wieder alles was du einnimmst an transfer sum an transfer lösen wieder ausgeben zu können vfb stillstand bei kämpf und stonerberg haben ja auch schon berichtet passiert gerade nichts mehr und ito kommt talent aus japan darf sich bei der u21 für die profis empfehlen schreibt der kicker hier ja mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken wie gesagt talent aus der zweiten japanische liga tatsächlich auch ja muss halt mal gucken also kann ich jetzt nicht sonderlich viel dazu sagen also wir haben ja kaufoptionen so wie es hier klingt eine leihspieler kaufoptionen 500.000 euro wenn er sich eben gut performt dann ist natürlich auch einer wenn er gut performt dann auch gerne mal einen schritt in die erste mannschaft machen könnte irgendwann wäre wahrscheinlich nur auch links fuß wenn ich es richtig sehe ist es eine option natürlich die du dir ganz ganz krass irgendwie aufbauen kannst falls daneben mal kämpf weg ist kein plan ob die rolle füllen kann nach dem jahr ist ja erst mal u21 eingeplant also ich glaube wäre ein bisschen long shot so ein bisschen den da ist direkt ersatz zu sehen aber wer weiß japanische talente waren beim vfb eigentlich immer ganz okay unterwegs wenn man jetzt mal endo anguckt und auch und okazaki war ja auch in ordnung sowas oder sakai ja mal gucken wir haben jetzt konzales natürlich ist weg war klar jetzt ist offiziell dann endlich die zahlen die summen kannten wir auch jetzt schon ich sage es ja trotzdem noch mal also wir haben damals für achteinhalb millionen geholt aus argentinien 2018 basis liegt jetzt bei 23,5 millionen euro darüber bonuszahlungen damit die summe bis auf 27 millionen euro anwachsen kann der club nämlich die argentinos juniors von dem wir damals gekauft haben bekommen eine beteiligung von 1,7 millionen euro und auch wir haben uns noch ja würden von einem etweigen weiterverkauf noch mal profitieren dass auch eine weiterkaufs klausel eingebaut ja ist passiert wir haben tausend mal darüber gesprochen der club ist für mich immer noch fraglich weiß ich was er genau bei florenz sucht der nächste schritt ist es rein tabellarisch nach der letzten saison zu werten nicht wirklich der grüße der größte sprung vielleicht hat sich da was dabei was gedacht aber wie gesagt war auch lange bei uns hat auch schon öfter mal ja öfters auch übertrieben aber es gab schon schon mal die gerüchte dass auch schon durchaus sich vorstellen könnte zu gehen und das auch nicht erst seit diesem sommer deswegen ist in ordnung wir kriegen viel kohle mal gucken was da in sachen ersatz drin ist dazu noch auch ganz offizielles ding natürlich gewesen ja wutscher ist jetzt auch wieder mal weg also also der klop bei uns nicht mehr groß fuß fassen weil es ja an das war es türkische münchen ausgeliehen jetzt ist er wieder zurück haben verlängert auf bis 2022 damit so was überhaupt möglich ist und noch mal ausgeliehen jetzt an die wsg tirol es geht nach österreich für avutscher und das natürlich dickstes ding was die was das angeht was einfach auch natürlich auch eine neue verpflichtung ist und da ist natürlich auch ein dickes ding aber rein von neuen verpflichtungen richtig dickes ding mag frau partners bleibt bei uns wir leihen ihn noch mal ein jahr aus und dann und dann kommt sie die sven misslintat masterclass kommt dann wieder leihen wir von 5000 euro und man kann ihn danach für drei millionen euro fest verpflichten schreibt der kicker unfassbar also drei millionen ist ein absolutes schnäppchen hier von die athletic der david ornstein auch arsenexperte quasi ich habe schon etwas gelesen von ihm schreibt das auch weil manche schreiben dass es sieben millionen sind oder sowas da scheinen sich irgendwie die geister aber der schreibt auch deswegen kommt der summe meisten glauben dass es ein jahr leihe ist 500.000 leihgebühr und drei millionen euro option zum kaufen also optionen wenn wir runtergehen pflicht wenn wir drin bleiben glasenhalt heißt pflicht drei millionen und es gibt noch weitere bonusse wodurch die summe von drei millionen auf 4,5 millionen ansteigen kann aber auch selbst das also digga absolute masterclass und dann haben wir auch schon ewigkeiten aber auch schon mal gefühlt vor acht wochen bericht ist das offiziell steffen steffen krebs wächst zur neuen saison als torwart trainer der lizenzmannschaft von borussia mönchengladbach zum vfb und wir kommen zu ein paar gerüchten aus dieser woche nämlich der david ok 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 jetzt habe ich mich ja gut und bei dem namen kann das doch noch lächerlich machen glaube ich ok 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 keine ahnung von brücke trans jahre alt ja auch offensivmann Waren wir scheinbar schon mal dran. Wie gesagt, schreibt er jetzt von Sol19. Der gute Zubasa1893 ist hier die Quelle quasi von Trafermark.de, wer ihn kennt. Ja, so ein bisschen, keine Ahnung, übertrieben, sagt er Fabrizio Romano quasi für einen VfB. Also der oft schon sehr früh weiß, was abgeht und gefühlt eine sehr hohe Trefferquote hat. 100% glaube ich nicht, aber eine sehr hohe Trefferquote hat. Ja, er ist begeistert auch, der Zubasa. Ziemlich perfektes Match für die Offensive mit riesigem Erwirkungspotenzial. Mal gucken. 23 ist nicht mehr, es klingt dumm, aber es ist halt einfach so. 23 ist nicht mehr Talent, doof gesagt mittlerweile. Gefühlt bist du auch schon mit, gefühlt bist du noch Talent mit 21 oder sowas und danach bist du gefühlt kein Talent mehr. So doof es klingt, so übertrieben es ist, aber so ist es halt mittlerweile. Ja, mal gucken. Kriegen scheinbar auch dann für akzeptables Geld. Damals wäre auch noch teurer gewesen scheinbar. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, weil, nächste News, kein Ersatz. Sascha Kalajcic bei den Spurs ganz oben auf der Liste. Natürlich auch auf der Liste beim AC Mailand, aber wenn hier halt wirklich für 175, 150, 115 Millionen, was was immer, ihren Kane verlieren an Man City, dann ist das schon jemand, der uns diese mindestens 25 Millionen Euro auch zahlen könnte. Ich meine, Kalajcic, habe ich auch schon mal gesagt, ist für mich noch was anderes als einen Gonzalez, weil Gonzalez, wie gesagt, war lange hier, lange gesagt, jo, irgendwann will ich den nächsten Schritt machen, jetzt machen wir ihn, ist in Ordnung. Kalajcic kommt, verletzt sich ein Jahr, lässt sich übertrieben gesagt ein Jahr lang durchfüttern. Wir vertrauen ihm 100 Prozent. Er geht im Sommer nicht, oder wir holen keinen Neuen, das meinte ich, wir holen im Sommer keinen Neuen, der sich vor ihn stellt. Wir vertrauen ihm. Er spielt eine gute Saison, auch da oft von der Bank, also gefühlt eine gute, halbe, dreiviertel Saison. Gegen Ende ging er auch nicht mehr so viel. Ja, und dann halt direkt schon abhauen zu wollen, ist halt die andere Sache. Kann ich dir nicht in den Kopf gucken, ob jetzt Kalajcic irgendwie schon ein bisschen hat quasi ein Mail geschrieben hat, ey, du transferiere mich, sonst bocke ich hier rum. Das glaube ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite, weil das ist das Einzige, was halt nun mal einfach übrig bleibt bei uns, wenn ihm die Spieler gehen, das ist das Einzige, was wir davon bekommen, vielleicht Erinnerung, doof gesagt, aber halt Geld. Das bleibt davon übrig. Geld. Und da glaube ich, dass wir diesen Sommer am besten dran sind in der Personalie Kalajcic. Ich glaube kaum, dass wir nächsten Sommer nochmal 25 Millionen oder bis zu 30 Millionen für ihn bekommen. Ich glaube es einfach nicht. Wie gesagt, schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass er in der kommenden beschissenen Saison spielen würde, wenn er bei uns zurückkommt. EM ist ja auch noch nicht so seins bisher, aber ich glaube nicht, dass er nochmal so ein überragendes Saison spielt wie diese. Also ich glaube, wenn du ihn verkaufen willst und wenn du Kalajcic irgendwann mit dem Ziel, gut Asche zu machen, weiterverkaufen willst und er auch den Wunsch hat zu gehen und die Chance sieht, bei Mailand Ibrimovic abzulösen oder bei Tottenham Kane abzulösen, dann ist, glaube ich, dieser Sommer der Zeitpunkt schlechthin, glaube ich, fast. Weil die kannst du auf jeden Fall mitnehmen, die Millionen. Die kriegst du, glaube ich, auch diesen Sommer für Kalajcic. Und dann mal gucken, wie viel er noch von, übertrieben gesagt, vom Hype bleibt. Weil die ganze Mannschaft, die gesamte Saison war eine Hype-Saison. Lief nonstop, lief die flüssig. Deswegen, du kannst nicht bewerten, wie es nächste Saison dann weitergeht. Und auch hier, ich habe mal hier den Link von der Folge reingemacht, von SCR, dem VfB-Podcast. Man kennt ihn, sehr schönes Ding. Mit dem Transfer-Update, wo ja auch Ricky, ist es glaube ich, gesagt hat, dass er mit einem VfB-Spieler, also den er natürlich namentlich nicht genannt hat, sprechen konnte. Und dass man scheinbar auch beim VfB intern nicht mehr davon ausgeht, dass Kalajcic nochmal als VfB-Spieler zurückkehrt. Also hat der, glaube ich, auch irgendwo mal ein Interview quasi gesagt, jo, klar, nach Stuttgart gehe ich natürlich zurück. Da habe ich auch alle meine Sachen noch, so auf Spaß. Aber es kann natürlich auch so wirken. Ich muss da halt noch kurz hin, ich muss umziehen, aber dann bin ich weg. Also ich bin mittlerweile fast auch, war ja auch von Beginn an, weil er auch ähnliche Aussagen hatte wie in Kobel damals, ich bin wirklich fast recht sicher, dass der Kollege im Sommer auch weg ist. Und dann mal gucken, wen du holst. Hier heißt auch wieder ein recht gut informierter Insider auf Transfermarkt.de berichtet, dass der VfB wohl vor dem Transfer von einem Nachfolger von González steht. Medizinscheck fehlt scheinbar nur noch, Verkündigung vielleicht schon am Wochenende. Es ist einer, zu dem es aktuell kein Gerücht, zu dem es schon ein Gerücht gibt und mindestens eine Kategorie überführig, weil der ist ja auch noch irgendwie gefühlt ständig klar, dass der kommt. Noch ein bisschen nichts Offizielles, aber eine Kategorie über ihm quasi. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, Top Wilson heißt ja auch einer, der, glaube ich, recht, ja, gute, gute Insider hat manchmal. Also wirklich auch eine gute Trefferquote hat, was das angeht. Hier viele schreiben von Demarell Gray, der bei Leverkusen ja ist und scheinbar irgendwo eine Ausstiegsklausel von zwei Millionen hat. Also zwei Millionen, für den wären ähnliche Schnäppchen, glaube ich, wie diese paar Millionen da für einen Mafopanos im nächsten Sommer. Und Gray, ja, kannte ich schon aus irgendwelchen FIFA-Kahre-Modis. Ich meine, bei Leverkusen noch nicht so krass fußgefasst, auch weil die ganze Rückserie, die ganze Rückrunde bei Leverkusen natürlich auch nicht so der Wahnsinn war, muss man auch sagen. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Also Gray würde ich schon mitnehmen. Mal gucken, ob er es dann wird. Vielleicht erfahren wir es ja schon morgen, übermorgen, wann auch immer, wenn es in den Podcast heute Abend rausgeht. Dann mal gucken, ob wir schon bald den González-Essatz haben. Wird auch, glaube ich, keine Ahnung, ich kann mir auch diesen Carlson leider nicht vorstellen. Ich hätte Bock auf den, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil ich sehe es einfach nicht, dass wir wirklich einen zweistelligen Millionenbetrag für irgendwelche Spiele ausgeben können. Auch ein Matcher, der ein Gericht war für einen Karlajcic-Abgang, geht es ja scheinbar zu Leipzig. Ich glaube, du wirst nicht genügend Geld haben dafür. Da wirst du wieder wirklich jeden Cent umdrehen müssen, wie auch schon bei Müller, wo ja auch die Transfergeschichte sich gefühlt über Wochen gezogen hat, wegen einer Millionen Ablöse. Oder man bauscht es halt so nach außen auf und sagt, wir haben kein Geld. Man kann ja nicht sagen, wir nehmen 30 Millionen ein, wir geben 30 Millionen aus. Hier, kommt her. Setzt eure Transfersumme ganz hoch, wenn wir ankommen. Vielleicht jetzt auch ein bisschen Taktik. Ist immer wahrscheinlich viel Taktik dabei, auch in so einem Transferfenster. Aber Cray wäre nicht verkehrt. Mal gucken, wer da kommt. Und mal gucken auch, wie viel wir für so einen Ersatz ausgeben können. Von dann eben vergleichsweise 23 bis eben 27 Millionen Einnahmen, die wir bekommen haben für Gonzalez. Auch sehr interessant. Maffeo, neue Chance beim VfB. Ja, wie sie da sagt, Pablo hat es bei seinen zwei Leichtstationen sehr gut gemacht. Entscheidend wird sein, wie offen er ist und mit welcher Einstellung er seine Rückkehr anginge. Da hieß es auch von ihm, ja, klar, es ist keine Sau mehr da von den Verantwortlichen. Ich habe ja damals auch gesagt, es ist keine Sau mehr da von den Verantwortlichen damals. Ich würde ihm auch, keine Ahnung, man kann ihm, glaube ich, nicht nur eine 100% Schuld zuschreiben. Das wird auch andere Sachen gehabt haben. Also ich, wenn da so viele Leute im Raum sind oder so viele Leute eben um diesen Transfer und um diese Summe und alles, um diesen Namen da immer drum herum waren, die kritisiert haben, hier und da, dann kann man ihm, glaube ich, keine 100% Schuld unterstellen, dem Maffeo. Bin ich mal gespannt. Es wird wieder einer für diese Außenverteidigerposition für uns so Positionen Massimo, Silas, Jolinov, Koulibaly, Cissé, die können da alle auf dieser rechten Position quasi spielen. Oder generell diesen Flügel, Außenverteidiger, wie auch immer man das genau nennen will, die Position halt. Mal gucken, aber wer glaubt, kein Verkehrter. Wie gesagt, ich glaube, der kann kicken, der Kollege, wenn er sich anständig anstellt, wenn er sich eben benimmt und auch Bock hat, hier weiter zu kicken, dann gerne. Wenn nicht, gab es ja Interesse scheinbar von Villarreal. Sonst halt irgendwie verscherbeln und vermutlich eben dann nach Spanien. Da scheint es ja am besten zu laufen für ihn. Noch ein kleineres Gerücht hin hier am Start noch von der Cannstattal-Blog. Laut dänischen Memerichten ist der VfB neben Atalanta und Villarreal auch an Wahid Fakir interessiert. 17 Jahre alt, Mittelstürmer bei Veilje BK, U21, Nationalstelle von Dänemark. War da scheinbar sehr gut. Das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich habe schon einiges gesehen, also was heißt einiges, das halt gesehen, was aus der deutschen Nationalmannschaft passiert ist. Bei der U21 habe ich schon ein bisschen mehr geschaut als in den letzten Jahren, U21, weil man eben auch wieder so weit kam und wieder das Ding geholt hat. War eine sehr geile EM. Ja, habe ich jetzt aber nicht speziell Dänemark angeschaut. Also wieder ein Talent, das ist wieder auch wahrscheinlich kein Sascha-Ersatz und auch kein Gonzales-Ersatz. 17 Jahre alt, weil das nächste Top-Talent, was man versucht aufzubauen. Deswegen kann man glaube ich immer, ja, dürfte man da auch nicht abgeneigt von sein, ohne den Namen jetzt irgendwie groß zu kennen. und dann gehen wir auf die letzten News, in die letzte Kategorie quasi rein. Kein V4 fand ich auch mal interessant. Die UEFA schafft die Auswärtstorregel ab. Muss ich sagen, auch da wieder gerne die Meinung unten in den Kommentaren lassen. Feier ich, weil ich bin persönlich kein großer Fan von der Auswärtstorregel, weil keine Ahnung, beide spielen einmal zu Hause, beide spielen einmal auswärts. Warum werden irgendwie Tore mehrgewicht, das verstehe ich nicht. Und dann so Geschichte, wo im Endeffekt ein Spiel halt nach zwei Spielen 5-5 steht, aufaddiert, aber einer weiterkommt wegen Auswärtstoren. Das ist halt irgendwie dumm. Gilt natürlich erstmal nur für die UEFA, so wie es hier klingt, für Champions League und so weiter, ab der 21-22-Saison, also ab dieses Saison direkt schon, ab der neuen, darf man auch gerne bei Relegation und Co. einführen oder quasi wieder ausführen, doof gesagt. Weil auch wir, wie gesagt, wir sind komplett hoch für die abgestiegen damals, rein spielerisch, rein leistungsmäßig über die gesamten 36 Spiele, die es dann waren. Aber du bist halt da auch damals mit einem 2-2 rausgeflogen. Du hast nicht verloren in Attributionen über zwei Spiele, hast du nicht und du bist trotzdem abgestiegen und quasi trotzdem verloren. Deswegen finde ich es gar nicht mal verkehrt, dass es endlich mal abgeschafft wird. Und dann gucken wir, ob man es natürlich dann auch in den einzelnen Ländern dann weitermacht, auch in Playoffs oder in Relegationen oder sowas. Und dann hier auch die Spezialausgabe der dunkelroten Tische verpasst, kein Problem, hier gibt es die 120 Minuten zum Nachsehen, habe ich nicht getan, könnte aber machen über VfB-TV, hier ist der Link drin, über den Vereinsleben-Account vom VfB auf Twitter. Und Abschluss, natürlich, ganz im Abschluss, ganz brandaktuell, Heimspiel zur Bundesliga-Auftakt. Wir haben den Spielplan am Start, wir starten rein mit einem Heimspiel gegen Fürth, dann kommt auswärts Leipzig, zu Hause Freiburg, auswärts Frankfurt, zu Hause Leverkusen, auswärts Bochum, zu Hause Hoffenheim, auswärts Gladbach, zu Hause Union, Augsburg auswärts, zu Hause Bielefeld, Dortmund auswärts, dann zwei Heimspiele, Mainz und Berlin, auswärts Wolfsburg, zu Hause in die Bayern und Saisonabschluss, oder halt, ne, Hinrunden, so wie Saisonabschluss, ist dann ein Auswärtsspiel in, ja, Köln. Das heißt, die haben auch das letzte Spiel oder am letzten Spieltag zu Hause, was auch immer irgendwie schön ist, hat was, im VfB-TV-Spiel, da kann man zu Hause gegen Köln und starten, wie gesagt, gegen Fürth rein. Finde ich guten Spielplan, ist wirklich ausgeglichen, du hast jetzt nicht irgendwie den Fahrzeug geführt, vier Top-Klubs am Stück hast, die verteilen sich ganz nett über den Spielplan, gefällt mir, kann man auf jeden Fall mit arbeiten, natürlich sagt es auch nicht krass viel aus, ne, ich glaube, damals auch zum Beispiel kann ich das, wie wir Hoffenheim und Bayern schlagen da am letzten Spieltag, das 4 zu 1 in der 17, 18er Saison, oder dass wir jetzt Gladbach auf einmal schlagen, hätte Gladbach auch keiner mehr erwartet gegen Ende, aber das eben, ja, außer natürlich, das ist auch die große Frage, wer wird, wer wird denn, wer wird denn unser Top-Team, oder wer, welche Klubs werden unsere Top-Teams in der nächsten Saison, weil auf einmal hatten wir auch eine Phase über Wolfsburg, Union, Dortmund und sowas, weil man die krasseste Phase der Saison war, rein tabellarisch von den Gegnern her, so kann man natürlich sagen, die großen Namen, Dortmund, Bayern und so weiter, sind schön verteilt, kann natürlich auch sein, dass auf einmal irgendwelche anderen Klubs wieder zu Top-Klubs hochhüpfen, ähm, aus dem Nichts, die dann halt auf einmal dann doch mal 3, 4 Spieltage am Stück richtig eklig machen, aber, so drauf zu gucken, finde ich glaube ich in Ordnung, gerne eure Gemeinde dazu da lassen, ich finde in Ordnung den Spielplan, äh, was wir machen, irgendwann, wenn es in die Saison reingeht, äh, erst das Spieltag am 14. oder 15. August dann, eine Woche davor ist dann noch Pokal meines Wissens, ähm, da ist ja Auslosung auch irgendwann im Juli dann, Anfang Juli die Pokalauslosung, aber da geht es für uns ja sowieso nach Rostock, also scheißegal, brauchen wir nicht anzugucken den Kack, ähm, aber bin sehr gespannt in die neue Saison, weil wirklich von den Top-8-Klubs 1 bis 8 runter, also Bayern bis Gladbach runter aus letzter Saison, Abschlusstabelle, haben alle, bis auf Union auf Platz 7, alle neue Trainer und manche auch neue, ne, auch Sportvorstände in die Richtung halten, Frankfurt zum Beispiel, neuer Trainer und auch Kröschel, nachdem Bobic nach Berlin ist und so Geschichten, das wird sehr, sehr spannend, und das wird nicht bei jedem Klub klappen, nie im Leben, als ob von 8 Top-Klubs oder 7 der 8 Top-Klubs haben neue sportliche Leitungen doof gesagt, das wird eine sehr, sehr spannende Nummer, ob da Klubs wie die Bayern vielleicht mit Nagelsmann oder Dortmund mit Rose und Terzic vielleicht zusammen, ob da irgendwas einbricht, oder Wolfsburg, oder die jetzt mit Van Bommel hier quasi einen Versuch wagen oder auch Frankfurt mit Klaas noch dann, sehr gespannt, was da so abgeht in der neuen Saison, was sich da so für Geschichten aufbringen und irgendeine Flop-Mannschaft muss es geben, weil es werden nicht 7 von 7 da flüssig durchlaufen mit neuen Trainerverpflichtungen, das wird einfach nicht passieren. Genau, damit sind wir durch mit dem Podcast für heute, mit den News für heute, bedanke mich fürs Zuschauen, fürs zu hören und bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF,